Der Tag beginnt im Spiegel, müde Augen werden wach geschminkt, die Lippen rot wie Ziege und dann der Kaffee den sie jeden Morgen trinkt und sie trägt blau und gelb. Sie sagt, sie wär so gern fest angestellten Ich hatte, als wir zusammen in Urlaub waren in Amerika im Oktober letztes Jahr, das Gefühl, okay, wir sind schon wieder zusammen in Urlaub gefahren und machen zusammen Musikvideos. Und da dachte ich irgendwie, okay, wenn das jetzt hier so passiert, dann steuert das alles Richtung Album. Wir haben uns überlegt, wie man ein Album besonders aufnehmen kann, vor allem für uns besonders, dass es irgendwie Spaß macht, wie die Vorstellung, in einer deutschen kalten Stadt zu sein und dort zwei Wochen jeden Tag ins Studio zu gehen und das aufzunehmen irgendwie nicht so schön fangen. Und auch fürs Endalbum dann klanglich nicht so sahen, dass man jetzt in so ein glattes Studio geht. Und das ist interessant, was jetzt auch daraus geworden ist. Ich fand es am Anfang sehr absurd, dieses Dorf zu kommen, wo man auch weiß, hier sind wir jetzt vier Wochen. Kannst du mal das vor die Tür stellen? Wir wussten auch durch Erzählung, okay, das ist ein kleines Dorf, da wurden ein paar Leute und kannten Fotos. Dadurch baut man sich da dann so sein kleines Dorf in dem Kopf zusammen. Aber wenn man da wirklich ankommt, das war schon krass. Wenn die Kamera so hoch steigt. Aber der Kopf soll schon, also... Soll schon einen kompletten Kopf haben. Ne? Ja. Zwei, drei. Bis wir in diesem Dorf waren, in diesem kleinen Dorf, war uns nicht ganz so klar, wie wir das wirklich machen. Soll ich loszufahren und zu sagen, okay, das ist jetzt der Ort so nach den ersten paar Stunden und war das für mich auch klar, dass man das da gut umsetzen kann. Musik Bei dem Dorf, bei Gelehrt, gab es halt eine Eingewöhnungsphase, aber ich glaube, es gab tatsächlich nie nicht die Idee, das zu machen. Also das war irgendwie der logische Schritt. Da war irgendwie das Album logisch. Vielleicht machen wir kein drittes, sondern dann kommt ein Mixtape oder ein Film. Das war irgendwie so eine absurde Welt, in die man dann reinkam. Ich fand es schon sehr aufregend und auch eigentlich schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Oh, I love Machine Gun, Kelly. Oh, la... Oh, shit. Scheiße.